Ich finde, Stefan ist ein sehr schöner Ort zum Arbeiten, weil es sehr friedlich ist, also relativ ruhig da. Es ist trotzdem noch näher an der Stadt. Es ist am Zürichsee gelegen. Ich gehe nach dem Arbeiten noch schwimmen. Für mich ist das eigentlich der perfekte Arbeitsort. Ich arbeite gerne für die Gemeinde Stefan, weil ich viel Flexibilität habe, vor allem bei unserem Beruf. Wir haben keine Öffnungszeiten und das ist für mich sehr wichtig, dass ich meine Freizeit besser planen kann. Bezüglich Weiterbildungen in der Gemeinde Stefan sind sie wirklich sehr offen für jede Art von Weiterbildung. Mechanische, technische Ausbildungen, Weiterbildungen, die man eigentlich machen kann, sind sehr offen. Fachspezifisch für uns natürlich die ganze Klärwerkmeisterausbildung oder Klärwerkfachmausbildung wird auch sehr gefördert. Die Atmosphäre in unserem Team ist wirklich sehr gut. Wir versuchen einiges miteinander zu machen. Mal ein Feuropenbier oder mal irgendeinen Grill oben oder ein gemeinsames Weihnachtsessen ist bei uns gang und gäbe. Für mich muss ein neuer Mitarbeiter ins Team passen. Er muss handwerkliches Geschick haben und auch den Willen haben, sich weiterzubilden.